Hallo, am 20. und 21. August fand an der Oldtimer-Remise Gut Keine Mann in Bergkamen ein spezielles Oldtimer-Treffen statt. Oldtimer im und mit Staatsauftrag. Hier sind einige Bilder vom Samstag. Gekommen waren Fahrzeuge, die bei verschiedenen Behörden oder Einrichtungen ihren Dienst versehen hatten. Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge und eine große Anzahl von Militärfahrzeugen aus verschiedenen Ländern waren zu sehen. Darunter auch einige große Militär-Lkw. Von den Teilnehmern, die mit Militärfahrzeugen angereist waren, blieben einige über Nacht in einem eigens von ihnen eingerichteten Militär-Camp. Musik 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 Obwohl neben den Fahrzeugen im Staatsauftrag auch einige andere Oldtimer gekommen waren, war es heute nicht ganz so voll wie sonst. Was sicherlich an der speziellen Ausrichtung des Treffens lag. Es war trotzdem ein toller Tag mit einem ganz speziellen Highlights. Bis zum nächsten Mal. Und auch auf gut keine Mann hatte sich wieder einiges getan. Einige Bauabschnitte waren fertiggestellt. Und in den Räumen der GTÜ hatte man die Thermographieanlage in Betrieb genommen. Und dann kamen meine beiden persönlichen Highlights. Ein Cadillac Baujahr 1912. Und der legendäre Red Baron. Ein 100 Jahre alter American La France. So das war's für heute. Zusammen mit Tim und seinem Feuerwehrfahrzeug verabschiede ich mich. Tschüss, bis demnächst. Mitnächst. Mitnächst. Musik